hallo und herzlich willkommen zu einem wetter extra über chemtrails was da erzählt wird das jetzt irgendwie gift versprüht würde oder dass jetzt damit das klima verändert werden könnte das ist nicht wahr das ist nicht wahr das ist nicht wahr ein bisschen problematisch über etwas zu sprechen was es gar nicht was es gar nicht gibt was es gar nicht gibt aber weil es doch ein paar chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht eigentlich nicht ernst zu nehmen früher hätte es das in diesem ausmach nicht gegeben gift versprüht würde aber weil es doch ein paar natürlich wir machen ganz viele wolken und dann scheint nicht mehr so auf die sonne aber das hat nichts mit den chemtrails an sich zu tun aber das hat nichts mit den chemtrails an sich zu tun natürlich wir machen ganz viele Wolken und anscheinend nicht mehr so auf die sonne aber das hat nichts mit dem chemtrails an sich zu tun wirklich wir machen ganz viele wolken und anscheinend nicht mehr so auf die sonne aber das hat nichts mit den chemtrails an sich zu tun chemtrails eine frei erfundene angelegenheit wo kleine aluminium streifen wo kleine aluminium streifen ein so genannter düppel oder auf englisch chaff ausgestreut wurde Das sind kleine Aluminiumstreifen, das sind kleine Aluminiumstreifen, das sind kleine Aluminiumstreifen, die macht man in Luftwaffenmanövern, um das gegnerische Radar zu stören. Kollege Bublath hat auch mal eben dieses Klima-Experiment, was ich vorher beschrieben habe, mit den Meer an Wolken unglücklicherweise als Chemtrail-Experiment bezeichnet. Das ist einfach ein redaktioneller Fehler des ZDF. Das ist einfach ein redaktioneller Fehler des ZDF. Das ist einfach ein redaktioneller Fehler des ZDF. Klima eher einen kühlenden... Chemtrails gibt es nicht. Chemtrails gibt es nicht. Chemtrails gibt es nicht. Wird es auch nicht gehen. Wird es auch nicht gehen. Wird es auch nicht gehen. Was da erzählt wird, dass jetzt irgendwie Gift versprüht würde oder dass jetzt damit das Klima verändert werden könnte, Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Sie müssen keine Angst haben. Gift. Gift. Sie müssen keine Angst haben. Sie müssen keine Angst haben. Sie müssen keine Angst haben. Um ein bisschen problematisch über etwas zu sprechen, was es gar nicht gibt. Und was es gar nicht gibt. Und was es gar nicht gibt. Keine Angst haben. Sie müssen keine Angst haben. Sie müssen keine Angst haben. Sie müssen keine Angst haben. Eigentlich nicht ernst zu nehmen. Sie müssen keine Angst haben. Camp Trails gibt es nicht. Wir machen ganz viele Wolken und dann scheint nicht mehr so oft die Sonne. Aber das hat nichts mit den Camp Trails an sich zu tun. Aber das hat nichts mit den Camp Trails an sich zu tun. Camp Trails gibt es nicht. Camp Trails gibt es nicht. Camp Trails gibt es nicht. Camp Trails gibt es nicht.